Hallo meine lieben Kinder. Üben wir alle Tiernamen zusammen. Tiere 1. Geht's los. Was ist das? Das ist das Eichhörnchen. Was ist das? Das ist die Eule. Das ist der Uhu. Was ist das? Das ist der Hase. Das ist das Häschen. Was ist das? Das ist der Igel. Was ist das? Das ist das Wildschwein. Was ist das? Das ist die Spinne. Was macht die Spinne? Die Spinne macht ein Spinnennetz. Was ist das? Das ist der Fuchs. Was ist das? Das ist das Reh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist die Schildkröte. Was ist das? Was ist das? Das ist die Kuh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist die Ziege. Was ist das? Das ist das Pferd. Das ist das Pferd. Das ist das Meerschweinchen. Was ist das? Das ist die Ente. Was ist das? Das ist der Esel. Was ist das? Das ist das. Das ist der Hund. Das ist die Hündin. Was ist das? Das ist die Gans. Was ist das? Das ist der Papagei. Was ist das? Was ist das? Das ist der Hahn. Was ist das? Was ist das? Das ist der Kater. Das ist die Katze. Was ist das? Was ist das? Das ist der Hamster. Was ist das? Das ist das Huhn. Was ist das? Das ist der Fisch. Das ist der Goldfisch. Das war's für heute. Bis morgen. Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank.